Einen wunderschönen guten Morgen hier und heute am 12. September mit den Handelsideen präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seidel für all diejenigen die hier zum ersten Mal zuschauen und wir sprechen hier in Kürze direkt über ein paar Handelsideen live aus den Charts an den lebenden Märkten und all die hier live zuschauen wie zum Beispiel auch Ludger oder Alexander einen schönen guten Morgen von mir die Einladung so rum jetzt haben wir es wenn sie mögen und einen Wunschschart haben dann einfach hier posten und dann können wir das auf Facebook gleich mal live miteinander auch besprechen und heute steht auf der Agenda der US-Dollar ZAR südafrikanischer Rand wir sprechen über den US-Dollar Schweizer Franken und wo wir bei dem Schweizer Markt sind gleich auch mal noch mit über den Schweizer Aktienindex SMI an dieser Stelle also das machen wir heute zuvor der Risikohinweis der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen sie riskieren ihr investiertes Kapital zu verlieren und damit würde ich sagen verlieren wir nicht viel Zeit sondern gehen direkt in die Tagesnachrichten hinein heute gibt es um 14.30 Uhr mit den höchsten Relevanzen los und da gibt es den Erzeuger Preisindex aus den USA für den Monat August und um 16.30 Uhr die Rohöl Lagerbestände da gibt es ja mittlerweile wieder einiges an Bewegung im Ölpreis gucken wir nachher einfach mal kurz drauf und das sind wichtige Informationen der Markt erwartet hier einen Rückgang von 0,8 Millionen mal schauen was dann rauskommt Heiko einen schönen guten Morgen was gibt es noch es gibt heute um 11 Uhr mit der Relevanz 2 die Industrieproduktion für den Monat Juli hier aus der Eurozone um 13.20 Uhr komische Zeit aber ist so gibt es den OPEC Monatsbericht also heute gleich zweimal Fakten rund um das Öl beziehungsweise nein um 16.30 Uhr gibt es noch einen dritten Fakt und zwar gibt es noch die Rohölbestände in Cushing Oklahoma das hier noch mit erwähnt um diese Sache dann gibt es am Nachmittag um 15.30 Uhr eine kleine Konferenz oder ein Gespräch von dem FOMC Mitglied Bullard das gibt ja immer mal so Bewegungen an den Märkten wenn sich Notenbänker äußern da wird immer hingehört und da wird immer versucht hin und her zu deuten was dann kommt gleich ist noch um 18.45 Uhr auch da ein FOMC Mitglied und heute Abend um 20 Uhr deutscher Zeit das bitte auch nicht aus den Augen verlieren das ist für den deutschen Handel heute nicht mehr ganz so wichtig aber für den US Markt die ja momentan sehr sehr stark den Ton angeben und wo die anderen Indizes überhaupt nicht hinterher kommen es gibt um 20 Uhr noch das Biesburg was wir hier an dieser Stelle heute auch veröffentlicht bekommen das zu den aller aller wichtigsten Nachrichten ich sage auch wieder an dieser Stelle immer wieder das ist jetzt mal ein grober Überblick aus dem was in den USA passiert und hier in Deutschland beziehungsweise die Nachrichten auf die Eurozone wenn sie andere Währungen traden schauen sie bitte immer auch auf die anderen Währungen was es da an Nachrichten gibt weil auch da gibt es Konferenzen seitens der Notenbanken Zinssachen da gibt es Arbeitsmarktdaten und so weiter und so fort Ölsachen beispielsweise Öl unter Öl Preisrückgänge oder Öl sage ich mal Ölmarkteinflüsse gehen natürlich auch auf Währungen die mit dem Ölmarkt stark korrelierend zusammenhängen wie zum Beispiel der Cannes Dollar also all solche Sachen sollte man damit in der Hand behalten und das Ganze auch immer mit im Auge haben okay dann würde ich sagen gehen wir direkt rein in die Charts hier wieder für Sie was haben wir hier gerade da habe ich vorhin noch geschaut wie unser schönes Setup im mittelfristigen Swing US Dollar Dänische Krone miteinander losgelaufen ist es ist immer interessant sowas zu sehen hier schauen Sie mal hier war unser unser Setup ich mache das mal kurz etwas größer für Sie dass Sie das im Video besser sehen können hier war unser Entry würde ich mal sagen hier war die Situation wo wir gezeigt bekommen haben wir sind hier in einer tiefen Korrektur es gab das Umkehrmuster und jetzt läuft der Markt hier schön mit nach oben für diejenigen die das Ganze kurzfristig auf dem Schirm hatten der Widerstandslevel war halt erst einmal hier oben in diesem Bereich zwischendurch gab es das Tageshoch das wurde alles abgefrühstückt und nun läuft der Markt schön weiter mit nach oben das wird ein wenig Zeit brauchen oben ranzukommen wir wissen auch nicht ob es schaffen wird aber momentan schaut es gut aus für das Szenario wir haben hier steigende Tiefs das ist das das untermauert so ein bisschen das Bild jetzt wird es halt wichtig an dieser Stelle was hier oben drauf passiert das heißt dass der Markt auch wirklich hier oben drüber rüber kommt und dann können wir die nächsten Punkte auf der Oberseite Stück für Stück auch angehen bin gespannt was wird aber ich freue mich wenn Setups anlaufen das ist immer eine entspannte Geschichte die man hier hat und damit sehen Sie man kann das Ganze im kurzfristigen Bereich traden wie auch alle im mittelfristigen Bereich tradenbar sind und Elena auch dir einen schönen guten Morgen freue mich dass du die Zeit hier nimmst hier auch mit über die Schulter zu schauen gut dann würde ich sagen gehen wir direkt in die Handelsideen rein und zwar beginne ich mit dem was habe ich im Blog zuerst geschrieben US-Dollar südafrikanischer Rand nehmen wir uns gleich mal hier zur Brust was haben wir hier einen schönen wirklich schönen Aufwärtstrend im Tagesschat den wir hier sehen und eine Korrektur und die ist interessant die läuft in einem schönen engen Trendkanal ab und Sie wissen ja ich mag diese Trendkanäle wirklich sehr weil sie uns schnelle Einstiege auch genehmigen können sozusagen weil das heißt der Bruch oben raus das ist häufig auch die Situation wo der untergeordnete Trend nach oben gebrochen wird und das initiiert dann ganz ganz oft den Weg nach oben und das ist ja genau das was wir Trader sehen wollen auf solche Momente wo wir richtig Druck oder Schub in den Markt rein bekommen können wo Setups gut anlaufen da wollen wir hinschauen was haben wir hier im Chart noch wir haben erst einmal noch eine Unterstützung liegen hier an diesem Ausbruchsniveau hier war so ein Peak das Ding hier drüben ignoriere ich jetzt einfach mal das war einfach ein Spike wie auch immer der zustande gekommen ist ich weiß es nicht aber der saubere Marktverlauf ist halt einfach dieser hier für mich in meinen Augen hier ist die Marke was das hoch hier gewesen ist da gab es den Ausbruch oben raus da gab es schön den Schub um die Marke von 15028 das ist jetzt momentan ein Support hier an dieser Stelle wir sehen dieser Trendkanal ist mittlerweile in diesen Support reingelaufen und aktuell läuft der Markt sogar schon ein bisschen was nach oben das ist interessant zu sehen es kann natürlich ohne weiteres auch dazu kommen dass der Markt noch weiter unten läuft wenn wir uns das ganze in der Stunde mal eben anschauen deswegen sehen sie hier diese Markierungen auch in Magenta eingefärbt da schaue ich immer in die untergeordnete Zeiteinheit wenn wir uns das ganze Bild hier mal anschauen dann hat der Markt hier wenn wir mal uns diesen schönen Aufwärtstrend angucken in der Aufwärtsbewegung dann hat der Markt schon noch die Möglichkeit weiter nach unten zu laufen wenn wir uns mal die Schwungtiefs angucken von diesem Aufwärtstrend dann haben wir halt hier irgendwo in diesem Bereich um die 14,82, 5,88 und hier unten um die 14,61, 2,33 noch ein paar Anlaufpunkte wo der Markt problemlos auch runterlaufen könnte um das ganze zu machen ich weiß noch nicht ob es überhaupt tut ob es so tief läuft deswegen müssen wir hier genau hinschauen was passiert und auch auf die Umkehrsignale achten und ein Umkehrsignal wäre es hier jetzt erst einmal an dieser Stelle wenn wir in der Stunde hier diesen Aufwärtstrend hier bilden das heißt wenn wir in der Stunde ich mache das mal ganz kurz etwas größer hier an dieser Stelle wieder wenn wir hier sozusagen hier schauen sie das ist der schöne Abwärtstrend der hier schön sich nach unten schwingt hier gab es sogar noch einen Unterschwung in diesem Bereich und interessant wäre jetzt erstmal oder schön zu sehen wäre jetzt erstmal Nummer 1 dass sich hier untergeordnet erst einmal ein Trend nach oben bildet also hier das ganze nach oben eine Korrektur wie wir sie jetzt haben hier an dieser Stelle und dann wäre es wirklich sehr sehr gut zu sehen dass uns dieser neu entstehende Trend wenn wir dann hier drüber laufen also hier über diesen Bereich hier oben drüber hier über diese Marke dann ist ja hier an dieser Stelle der Trend doch entstanden und das wäre jetzt eine schöne Symbolik dass wir hier oben drüber das ganze brechen über den Markt rausgehen und das wäre dann ein Initial wo man sagen könnte jetzt läuft der Markt hier wieder mit nach oben und wir sehen hier an dieser Stelle dann sozusagen den Wiedereinstieg in die vorhergehende Bewegung aus dem Tag heraus so jetzt räume ich mal ganz kurz den Chat hier noch auf dass wir das schön sauber auch weiterhin behalten so weg damit das lasse ich mal drinnen und hier wieder in den Tagesschat zurück das wären sozusagen die Punkte was ich hier sehr sehr gerne sehen möchte für die Bewegung wieder in Richtung des übergeordneten Trends Anlaufpunkte wären dann die Tageshochs natürlich hier erstmal an dieser Stelle noch zu nennen das Tageshoch von gestern das sollten wir hier nicht aus dem Auge verlieren weil das hat für die kurzfristigen Trader natürlich immer eine Relevanz genauso wie die Tagestiefs und danach gefolgt wenn der Schub kommt auf dem Weg zur 15,69,5 die Tageshochs die hier noch vor uns liegen Sie sehen es hier an dieser Stelle da muss ich selber mal etwas größer zoomen dass ich das am Rand sehen kann die liegen so eng hier aneinander und Sie wissen ja eng aneinanderliegende Tageshochs die Sorgen oft für Bewegung und das ist spannend wenn man hier den Schub nach oben auch mitbekommt hier das Tageshoch entsprechend von 15,32,091 hier oben drüber von 15,35,894 und dann haben wir hier ein Stückchen höher noch das 15,53,438 bevor es dann hier oben ran geht also Sie sehen wir haben hier etwas Potenzial auch da wenn es der Markt mit hoch schiebt würde mich das freuen weil das wäre eine schöne Initialzündung für die nächste Bewegung nach oben hin wie schon gesagt unten hin erst einmal die Absicherung hier um den Ausbruchslevel und dann hier ein paar Anlaufpunkte auf der Unterseite wo der Markt noch drehen könnte wir werden es sehen wo es lang geht auf alle Fälle ein Markt wo man mit Sicherheit hinschauen sollte hinschauen auch hier Sie sehen es US-Dollar Schweizer Franken im Tagesshot auch das Ganze wie immer gesehen hier eine sehr sehr massiv starke Bewegung nach oben gehabt die haben wir gehabt zwischen wo kam es April und hier das Hoch haben wir gehabt im Mai und seitdem tingelte der Markt hier Ewigkeiten seitwärts und jetzt hat er sich entschieden doch noch mal ein Stückchen weiter tiefer zu laufen heißt halt im großen Bild haben wir jetzt hier erst einmal einen Trend der nach unten läuft deswegen mache ich das Ganze hier mal etwas rot in diesem Bereich das heißt diese starke Bewegung hier wird derzeit korrigiert und es hat sich halt durch dieses lange hin und her jetzt ein größerer Abwärtstrend gebildet der Bestandteil dieser Korrektur hier ist der ist natürlich als solches generell auch tradepart deswegen schauen wir ja hier entsprechend auch drauf das heißt hier schauen Sie hier war die Bewegung und hier sehen wir dann auch sehr schön diesen Trend nach unten laufen und jetzt haben wir hier eine Situation wo es spannend werden kann spannend aus zwei Gründen schauen Sie mal hier wir haben hier den Bereich um die 0 97 610 da hatten wir hier den Peak dieses hoch bevor es dann wieder nach unten ging jetzt lief der Markt von diesen Support hier unten schön wieder nach oben und wo hat er gedreht genau an dieser Stelle hier oben in diesem rot markierten Bereich da kommt es jetzt zur Auflösung nach unten hin wenn der Markt tatsächlich abprallt gestern gab es ja so ein Schwäche Signal hier an dieser Stelle dass der Markt nicht wirklich rüber wollte da kann es jetzt natürlich passieren dass wir wieder direkt unten ran laufen hier über das Tagestief von gestern bei 0 96 766 in den Support rein wenn der Support bricht dann stehen die nächsten Anlaufpunkte auf der Unterseite bei 0 95 774 beziehungsweise 0 95 361 schauen Sie ich habe das hier auch aus den kurzen Schüben aus den kurzen Schwüngen raus das sieht man im Stundentrend auch schön hier waren halt Drehpunkte wo wir nach oben wieder gelaufen sind das sind natürlich Unterstützungen die wir jetzt in Zukunft auch im Markt hier sehen können läuft der Markt allerdings so wie er es hier gemacht hat die zwei Tage nach der kurzen Pause direkt wieder nach oben und schafft es tatsächlich über diesen über diesen Bereiche über die 0 96 0 97 610 drüber zu laufen dann haben wir hier im kurzfristigen Bereich erst mal Anlaufpunkt die 0 97 750 also das ist wirklich für das kurzfristige Trading interessant und dann ein Stück weit höher die 0 98 0 98 weiter will ich mich hier nach vorne noch gar nicht aus dem Fenster lehnen oder nach vorne wagen weil halt übergeordnet das ganze Teil noch abwärts gerichtet ist wenn man sich das ganze mal anschaut die letzte die letzte Bewegung wir haben halt hier die Situation dass wir hier untergeordnete Trends auch noch mit laufen haben das heißt das Bild hier das ganze Bild ist ein bisschen tricky wenn man mal diesen Trend hier diesen Bewegungstrend von diesem Untergeordneten nimmt dann sind wir jetzt schon tief korrigiert nimmt man mal die gesamte Bewegung hier von halt das war das Beispiel von hier oben nach hier unten dann ist halt doch noch einiges am Platz bis in den Bereich von 50 da könnten wir ohne weiteres auch noch bis hier oben rein in diese Marke um die was haben wir hier oben um die jetzt muss ich selber erst mal schauen was wir haben um die 98 6 6 4 haben wir hier oben also da kann es ohne weiteres auch reingehen wenn der Markt hier drüber schiebt da brauchen wir natürlich etwas stärker und das muss ich natürlich erst mal auflösen von der Seite her kurzfristig interessant was hier rum passiert ob wir nach unten schieben oder nach oben abprallen das kann dann die Bewegung in die ein oder andere Richtung bringen aus diesem Grund hier heute der Blick in diesen Chart hinein das ganze sehen wir auch für diejenigen die es haben in der Stunde sie sehen es die Stunde hier ist mittlerweile wieder abwärts tendierend in diesem Bereich jetzt dreht sie gerade wieder rum hat also die letzte Bewegung das war die Bewegung tief korrigiert und wenn wir uns das ganze jetzt mal in den fünf Minuten anschauen dann sehen wir halt hier der Schub nach unten hier der Schub jetzt Dinge so ein bisschen seitwärts und wenn sich das ganze Ding wieder nach unten fortsetzt dann läuft die Stunde erst einmal wieder in die Bewegung des Tages hinein wo wir gestern diesen diesen Schub nach unten hatten und das ganze läuft dann halt peu à peu runter und das wäre das Signal dass wir erst einmal eher einen Abbruch weiter sehen als wir hier also beziehungsweise einen Abbruch der Aufwärtsbewegung das heißt den Abprall von dem Widerstand hier oben in die Richtung nach unten andererseits wäre es natürlich sinnvoll zu schauen wenn die fünf Minuten jetzt nicht tiefer laufen sondern ansteigen dann zu warten bis der Markt dreht das wäre dann interessant was hier geht das heißt ich sagte auch immer rennt dem Markt nicht hinterher oder vorne weg sondern lasst euch einfach vom Markt zeigen was wir gerade machen wir müssen ja als Händler einfach nur hinschauen und auf alle Fälle geduldig sein bis die entsprechenden Handelssetups kommen so und jetzt schauen wir uns mal noch den Schweizer Aktienmarkt an Schweizer Aktienmarkt ist auch ein Markt wo sich hin und wieder richtig gute Bewegungen ergeben schauen sie sich mal das hier unten an wo wir um diesen Widerstandsbereich und beziehungsweise die Unterstützung hier unten in diesem Markt ich mache das mal ganz kurz etwas kleiner hier hier oben hat man den Widerstand hier unten hat man Unterstützung in diesem Bereich um die was ist das 8430 Punkte also die die Linie von 8400 Punkten hat schon die ein oder andere Unterstützung erfahren hier oben um die 9054 hier in diesem Bereich schauen sie das war jetzt mal oder ist jetzt ein Bereich wo der Markt nicht so einfach mal drüber schippst schnippst und dann einfach mit nach oben läuft das sehen wir hier ganz ganz klar wir sind drüber gelaufen haben das ganze Geplänkel hier nach unten hin komplett mit einer starken Bewegung rausgenommen ähnliches haben wir ja auch bei anderen Indizes gesehen und danach hat sich direkt wieder ein Abwärtstrend gebildet aktuell das Tief vom Abwärtstrend hat hier in diesem Bereich um die Marke von ich sag mal über den Daumen knapp 8800 Punkten gedreht hier wir hatten dieses Tief bei 8793 und danach schub der Markt wieder nach oben schub der Markt wieder direkt nach oben hier an diese 200er Tag Linie ran also sie sehen diese 200er Tag Linie ist auch eine umkämpfte Linie die wird nicht einfach so hergegeben vom Markt wie man das so schön sagt gestern gab es hier wie schon gesagt das 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 Signal wir wollten hier nicht weiter nach oben der Tag hat gestern die die in Richtung dieser Linie gegangen ist nach unten gelaufen aber auch wieder ein Stückchen nach oben sie sehen dass hier aber alles in allem war es hat ein Tag der mit einem leichten Minus geschlossen hat jetzt wird es an dieser Stelle einfach wichtig was die Markthändler jetzt machen hier nach oben hin wenn es der Markt schafft erst einmal das Tageshoch von gestern zu überschreiten hier diese 200er Tagelinie zu wuppen dann sind die Chancen relativ gut dass wir wieder in diesen Bereich hier oben rein laufen um die 9000 bis 9054 Punkte das wäre interessant und gut zu sehen kurzfristig wäre das eine schöne Trade Möglichkeit setzt sich diese aufgenommene Stärke dann fort dann haben wir tatsächlich auch Chancen hier oben in diese Märkte rein zu laufen also hier um die 9100 Punkte Marke hier oben in diesem Bereich rein zu laufen allerdings ist es so wie wir es jetzt beispielsweise nach unten hin häufig schon gesehen haben dass es hier eine kurze ja sage ich mal Aufwärtsbewegung gab wie wir die hier auch gesehen haben und danach kommt wieder direkt die Schwäche rein wäre das dann das Signal dass der Markt hier direkt nach unten läuft läuft in die entsprechenden Tiefs hinein das heißt wir haben erst einmal hier als Anlaufpunkt das Tagestief von gestern das mache ich auch mal grün dass der gleiche Fokus hier bleiben kann als Unterstützung das heißt hier Anlaufpunkt das Tagestief von gestern und das Tagestief von vorgestern bevor wir dann wieder in diese Unterstützung hinein laufen wenn wir sehen wollen was hier entsprechend läuft dann schauen wir uns einfach wieder interessanterweise die Stunde an und hier sehen wir halt schön was das Signal von gestern gegeben hat wir haben zum einen hier den Markt nach oben laufen gehabt und gestern dann gab es diesen Schub nach unten der ist dann hier drunter gelaufen das heißt wenn wir uns das ganze mal anschauen mal das ganze Trendstückchen hier wir hatten ja für den kurzfristigen Bereich hier die Bewegung nach oben dann eine Korrektur in diesem Bereich dann hatten wir wieder schön die Trendbildung mit entsprechender Korrektur und jetzt sind wir hier gestern unter dieses Korrektur tief reingelaufen oder durchgelaufen sozusagen haben hier erst mal die Situation geschaffen dass mit dieser Aufwärtsbewegung hier irgendwas nicht mehr ganz so in Ordnung ist und das ist jetzt interessant zu schauen was hier passiert schafft es der Markt tatsächlich einfach wieder hier oben drüber zu schieben dann wie schon gesagt das Szenario für die Oberseite schafft es der Markt nicht pendelt er weiter hier und schiebt nach unten das wäre dann eher das Szenario dass wir die Wiederaufnahme des übergeordneten Trends erst mal sehen was wir hier auf Tagesbasis haben das heißt nach unten schieben und da können wir halt aus der Korrektur heraus jetzt entsprechend wieder nach unten schraden die Punkte mitnehmen bricht dieses Level ebenfalls noch weg schauen sie dann haben wir hier unten um die Marke um diesen Bereich hier unten das ist der Bereich um die Marke von 8600 knappe 50 hier wäre dann der nächste Support den wir auf der Unterseite mit anlaufen können das wären die möglichen Bereiche hier an dieser Stelle also das einmal dazu und jetzt schaue ich mal in den Chat hinein ob wir Fragen haben da sehe ich gerade keine Fragen von der Seite her möchte ich mich wieder wie immer bei ihnen für ihre Aufmerksamkeit bedanken ich freue mich sie morgen wieder begrüßen zu dürfen all diejenigen die das ganze im Nachgang schauen schauen sie auch mal auf die Seite von Tickmill ich hole sie noch mal rüber ich werde auch nicht müde das zu zeigen weil sie können natürlich die Sachen die wir hier miteinander besprechen immer wieder auch anschauen das heißt wir haben hier zum einen neben den gesamten Informationen zu den Trading Plattformen den Instrumenten und natürlich den super Handels Konditionen auch den Blog mit stehen und im Blog sehen sie halt jedes jederzeit alle Blog Einträge die wir hier geschrieben haben und zusätzlich auch noch hier schauen wir mal auf gestern beispielsweise die Handels Ideen von gestern können sie immer wieder nachschauen und unten habe ich dann für sie das ganze so gestaltet dass die entsprechenden Videos auch drauf sind so dass sie sich nicht nur das ganze durchlesen können sondern wenn sie mögen entsprechend auch das Video mit reinnehmen können und wenn sie das zeitig nicht schaffen alles zu schauen einfach hier entsprechend die Videos vorzuscrollen und die Charts zu sehen und sie können hier wenn sie hier drauf klicken alle Videos anschauen die wir hier für sie aus dem morgendlichen Briefing eingestellt haben also an dieser Stelle schauen sie bei uns vorbei das ganze lohnt sich auf alle Fälle auch das Trading hier an dieser Stelle lohnt sich schauen sie mal rein testen sie das ganze auch es ist wirklich interessant und spannend die Märkte zu traden wenn man dann auch einen guten Broker hat mit super Konditionen bei dem die Kunden an erster Stelle stehen dann macht das ganze noch viel viel mehr Spaß an dieser Stelle allen einen schönen Trading Tag und ja bis morgen machen sie es gut ihr Mike Seidel